Herzlich willkommen zurück Leute zu einer Runde Outlast. Es ist 22 Uhr bei mir und es ist die optimale Zeit um Outlast zu spielen. Also schnappt euch Popcorn und leckt euch zurück. Viel Spaß Leute. Ja wir wurden hier runter geschleudert durch eine Explosion, weil wir einen Varianten entkommen wollten. Und ich glaube jetzt müssen wir hier wieder den auskränken. Oh mein Gott. Nein. Nein, 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 nein. Da ist er. Da ist er. Der große Bursche. Wo ist er? Oh hier ist er. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Er kommt zu mir. Weil er sieht mich nicht. Zum Glück. Oh Gott. Okay, er verschwindet wieder. Oh mein Gott. Hat er mich jetzt gesehen? Ja. Oh nein, oh nein. Oh, der hat dort Ketten. Huch. Ich denke, er hat einen Schnellbatterie-Tauschen. Oh Scheiße. Ich muss hier raus. Das ist der Ausgang. Oh Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Er ist hinter mir. Schnell rein hier. Hat er mich gesehen? Kommt er? Ja, er kommt. Komm Scheiße, ich hätte weiter rennen und so. Verdammt. Ich habe mich gesehen zum Glück. Nein, verdammt. Ich dachte, er ist weg. Scheiße. Jetzt geht er. Jetzt haut er ab. Jetzt haut er ab. Ich glaube, ich glaube ich. Scheiße, ich muss hier rüber. Nein, verdammt. Ist der hier hergekommen? Verdammt. Oh, hier, hier, hier wahrscheinlich. Verdammt. Scheiße. Schnell weg. Oh mein Gott. Ach, der verdammte Scheiße. Okay, hier wird mal gespeichert. Sehr gut. Okay, den haben jetzt abgehängt. Die Duschen. Ich muss hier eigentlich zur Dusche, oder? Wow. Ha. Ah, verdammt. Oh, hier wurde eben ja der Kopf abgetrennt. Okay, Batterie wechseln. Oh mein Gott. Das war ein Wachwärmter. Was ist hier los? Oh, eine Batterie. Sehr nice. Danke. Oh Gott. Alter. Ich kann nicht reden und nicht sehen. Okay, der tut mir nichts. Oh mein Gott. Wo geht's hier weiter? Der geht mir nach, der Typ. Ich glaube, ich muss hier rauf. Oder? Ja. Genau, genau, genau. Ist hier etwas? Nein. Wow. Boah. Verdammt. Der hat mich jetzt erschreckt. Ich danke dir, mein Freund. Okay, hier rüber wahrscheinlich. So, und hier rüber. Okay. Das war ja mal nicht so schwer. Block D. Okay, hier ist es verschlossen. Ich muss rauf. Oh mein Gott. Verdammt, wo kommt der her? Ich dachte schon, ich höre Schritte. Oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein. Schnell weiter, schnell weiter. What the fuck. Okay, hier durch. Oh. Hier ist jemand müde. Also, alles klar. Folge dem Blut. Okay, ich folge dem Blut. Oh, hier. Okay, ich muss hier runter. Was ist hier? Soll ich hier reingehen? Okay, ist hier verschlossen. Oh, eine Batterie. Sehr gut. Oh mein Gott. War Rider. Oh mein Gott. Das sind jetzt die Duschen. Wo geht's hier weiter? Okay, ich gehe einfach mal hier runter. Hier würde ich im echten Leben niemals runtergehen. Oh mein Gott, ist das creepy. Okay, ein neues Ziel finde ich einen Weg aus der Kanalisation. Oh mein Gott. Ich hasse Kanalisationen. Ich hasse Kanalisationen. Okay, ich gehe einfach dorthin, wo es hell ist. Oh, hier ist jemand. Okay, ich werde hier durch müssen. Nehme ich mal an. Oh mein Gott. Hier war gerade jemand. Ich gehe ihm nach. Dreh zwei Ventile auf, um das Wasser abzulassen. Okay, ich werde wahrscheinlich hier dann runter müssen. Aber das hat sicher einen Haken. Oh ja, ich habe es mir gedacht. Ich wusste es. Ich wusste es. Nein, 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 nein. Verdammt, verdammt, verdammt. Mach die Tür zu. Und rein da. Oh, hier. Oh Gott. Ich wusste es, dass etwas passieren wird. Kommt er zu mir oder nicht? Es sieht nicht so aus. Okay, hier ist eins. Okay, eins noch. Eines haben wir noch. Oh, eine Batterie. Sehr gut. Oh Gott. Er kommt. Nein. Nein. Verdammt. Oh Gott. Scheiße, der hat sich Zeit gelassen. Oh mein Gott. Verdammt. Er ist hinter mir. Mein Gott. Jetzt habe ich keine Orientierung mehr. Verdammt, wo bin ich jetzt? Okay, jetzt bin ich wieder hier. Alles klar. Ich muss noch ein Ventil finden. Ich muss noch ein Ventil finden. Gute Frage. Wo? Vielleicht hier wo? War ich hier schon? Ja, hier war ich schon. Ach, schade. Schade, dass ich hier schon war. So, wo ist das zweite? Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Schnell rein. Oh Gott. Oh Gott. Hat er mich gesehen? Bitte nicht. Nein. Er hat mich gesehen. Verdammt. Weg hier. Weg hier. Ja, schnell weg. Weg hier. Okay. Oh mein Gott. Batterie wechselt. Nein, schon wieder. Oh mein Gott. Oh scheiße, ist das schwierig. Weg hier. So, jetzt aber. Ich glaube, jetzt hat er mich nicht gesehen. Ja, er hat mich nicht gesehen. Gott sei Dank. Weg hier. Weg hier. Gott sei Dank. Ja, geht's hier kurz. Wo ist das zweite Ventil? Okay, hier auch nicht. Verdammt. Das muss hier irgendwo sein. Okay, hier bin ich gekommen. Scheiße. Ist das bestimmt dort irgendwo irgendwo? Wo er jetzt hingeht. Scheiße. Verdammt. Verdammt. Oh Gott. Oh mein Gott. Geh mir mal hier. Scheiße. Oh, hier scheint. Oh, hier scheint. Hier scheint es zu sein. Ja, sehr gut. Da wird auch gleich eine Batterie. Sehr gut. 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 Benutzt die Leiter. Okay. Die wir vorher gesehen haben. Nein. Okay, ich werde... Okay, jetzt geht er in eine andere Richtung zum Glück. So, schnell weiter. Nix wie weg hier. Oh, hier ist die Leiter, glaube ich. Ja. Hier war die Leiter. Ja, sehr gut. Noch tiefer runter. Kommt schön tief. So. Feucht und dunkel. So, wo muss ich gehen? Okay. Okay, hier geht es eh nicht weiter. Glaube ich hier. Wow. Oh mein Gott. Ich bin so schreckhaft heute. Ja, und hier wieder rauf. Oh nein. Dort oben wartet jemand auf mich. Ja. Heru. Wie wartet jemand auf mich. Also, hier hinten mit. Wie sieht jemand aus? Da hab ich mich ab. Oh nein. Neues Ziel. Findet ihr einen Weg außer Kanalisation. Huh, huh. Adminblock ist hier. Oh, irgendwas passiert hier sicher gleich. Oh Gott. Verdammt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schnell runter. Okay. Wir werden rechts gehen. Okay, hier komme ich aber nicht weiter. Dann doch links. Wow. Verdammt. Wir legen überall Getärme und Leichenteile. Oh mein Gott. Was ist hier los? Okay, dann. Hier durch. Schnell weg. Schnell weg hier. So. Okay, hier ist ein Gitter davor. Wieder rechts. Ich glaube, wir haben es bald geschafft. Hier durch. Oh Gott. Noch hier. Nein. Ich hasse so etwas. Nein, ich will da nicht rein. Oh. Oh mein Gott. Und schon wieder. Ich gehe mal hier rauf. Hier steht alles unter Wasser. Okay, hier geht es nicht weiter. Und hier wahrscheinlich. Und hier wahrscheinlich. Aber und wieder rein. Oh verdammt. Meine Batterie ist auch nicht. Wieder alle. Oh Gott, was war das? Ich glaube, ich muss hier rein. Schnell Batterie wechseln. Oh mein Gott, ist das riesig. Hier sollte ich einen Ausgang finden. Oh mein Gott. Nein. Der dicke Variant ist wieder hier. Ich höre die Ketten. Ich höre sie. Nein, nein, nein. Oh, hier glaube ich geht es raus. Schnell rüber, rüber, rüber. Nein. Okay, ich muss hier rauf. Wo ist der? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Er ist hinter mir. Ich glaube, ich habe es geschafft. Es ist mutiert los, mein Freund. Oh mein Gott. Der rennt auf mich zu. Nein, 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 nein. Okay, danke. Wow. Ziemlich krank. Oh nein. Was ist mit ihm los? Nein, schon wieder. Oh, Scheiße. Das war doch der eine Typ, der gefesselt und geknebelt war. Vielleicht zeigt er mir den Ausgang. Ich glaube, ich glaube, jetzt haben wir da. Wir haben es geschafft. Erreiche das Hauptgeschoss der Männerstation. Okay, und wie? Oh, kann ich verschieben? Hier muss ich rein. Hallo. Ja, hier sitzt er, mein Freund. Noch eine Zelle. Noch eine Zelle. Geht's noch weiter rauf. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, oh. Eine Batterie. Hier will jemand rein. Hier will jemand rein. Natürlich lassen wir ihn rein. Hallo? Okay, niemand da. Okay, verschlossen. Verschlossen. Okay, dann kann es nur hier weitergehen. Oh. Okay, ich wechsle vor die Batterie. Oh, ein Operationssaal. Oder so etwas in der Art. Wörnig, der kranke Doktor. Hier ist jemand. Und wo geht's hier weiter? Oh, hier rauf vielleicht. Ja. Gute Idee. Okay. Und dort wieder rumzaukeln. Hallo? Oh, nein, oh, nein. Sie kommen zu mir. Sie wollen zu mir. Beeilt dich. Nein, verdammt, verdammt, verdammt. Schneiden nach vorschieben. Oh, Gott, oh, Gott. Sie kommen schon. Verdammt. Oh, Gott. Aber ich glaube, ich habe sie schon abgehängt. Hier ist noch eine der. Was? Verdammt, sie kommen. Oh, mein Gott. Schnell versperren. Oh, sie sind schon wieder da. Oh, Glück gehabt. Oh, mein Gott. Schnell hier rein. Ja, wir haben es geschafft. Nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Verdammt. Und rüber. Ja. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Gut. In diesem Sinne wurde hier gespeichert. Und ich werde mich hier verabschieden, meine Freunde. Und beim nächsten Part werden wir sehen, wie es hier weitergeht. Bei Outlast. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like und Kommentar und abonnieren nicht vergessen. Ciao, Leute.